Hahahaha 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 Hey, da kam er klar Hahahaha Ja Ben, sag nochmal was Hahahaha Eeeh, hallo? Hahahaha 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 Ich fühle mich leicht gemobbt Ahhhhhhhhhh Shit ah Ich kann nicht mehr ohne Scheiß. Benni, ich muss dich muten ohne Scheiß, sonst könnte ich nicht mehr live zocken oder in eine Party sein. Ey, was haben die mit dem Scheiß gemacht, oder ohne Scheiß? Du hörst dich aber auch überhören. Ja, Mann. Ha, 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 hat XiUiUiJt. Schießt einfach, die ich komme andere. Ich will den mal hören. Tief und so. Ich muss aber voll tief gehen, oder? Ben, Ben, Ben Alter, ey Alter, das soll neues sein, anders sieht aus wie Tetris Oder? Ja, und es hört sich auch anders an, ne? Hey, was geht denn ab? Haha, ihr Stinker. Wir sind jetzt so robotermäßig angehört. Ja, du musst dir mal Ben anhören, Alter. Ohne Scheiße. Ey, Ben! Jetzt fühle ich mich leicht gemobbt. Alter, halt. Der hört sich echt an wie ein Robotermann. Er tut eh so. Ey, solltest du sein, oder? Weiß ich nicht. Ist aber schlecht, Alter. Voll hart. Ich sag einen Ton, dann lachen sie alle. Na ja. Was meinst du, was hab ich gelacht, Alter? Wo ich Ben gehört hab, wo ich reingejumped bin, Alter? Boah. 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 Gott. Ist der Haus noch lebt. ... Wenn Ben im Clan mal labert oder ich lach mich weg oder ohne Scheiße, ich kann nicht mehr spielen.